Wo oben? Aufm Dach, oder? Auch das rote Ding da, was da leuchtet. Oh, ich bin im Gunship. Nein? Ja. Wir sind so Flammen, oder was? Jo. Hallo? Was kann der Panzer... Oh, hinten, hinten, rechts, rechts, rechts. Steig als Fahrer ein. Toll, ich bin im Gunship und sie nichts. Oh, ich bin kein Rapper, fuck. Steig aus, steig aus. Ich hab vergessen. Ey, komm. Ich bin doch da gerade gescheit hochgefahren, sodass beide Ketten da... Drauffall. Dreh dich, Schiff! Oh, da ist es. Ey, das ist doch nicht wahr, ey. Nehmen wir die DOS, da kommt noch mehr. Hab ihn. Okay. Danke. Ja, die AC ist in der Luft, ne? Ja, Kendrick kommt. Oh, das wackelt so. Ruckelt? Ja, ich treff damit nichts. Ich treff hier auch nichts in dem scheiß Ganschiff. Ja, es ruckelt so, und du bist hier zehn Kilometer entfernt, bis dann sind die schon wieder weggelaufen. Und das macht dann auch Schaden der Radius wahrscheinlich nicht. Lol, es ruckelt aber übelst auch bei mir. Ja, gerade total, ey. Man, ich hüpfe hüpfe ich zweimal. Ich hoffe, der Server die Mapp nicht oder so. Lecker. Raus, 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 raus. Yo, Fallschirmspringer. Skydiver. Alter, wie das ruckelt. Ja. Der Scheiß bestimmt gleich ab. Ja, jetzt geht's gerade mal wieder. Oh Gott, ich hab das. Oh Gott, ich hab das. Oh Gott, ich hab das. Verdammt. Direkt vor dem Panzer gelandet, ey. Ja, ne. Und wie die Zuckeln hier. Ganz ruckelt schon wieder. Ha, ha, ha. Wir haben Raketen, wir haben hier nicht zerstört. Uhuhu. Du Ende, dass ich dich verfehlt hab, Kerle, ey. Och scheiße, der ist ja Panzer, ey. Hoa. We now control and check the power button. Hoi. Hoi. Äh. Die Kalk-Rofil-Map, ey. Was soll denn das? Was, ich kann nicht rappen. Ach komm. Jetzt komm schon hin. Komm schon hin. Power. Boah. 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 Es ruckelt viel zu hell. Oh, wie da rumgekopft ist, ey. Oh, keine Munition mehr. Scheiße. Wo, wo bist du? Im Heli? Ne, auf C. Also noch mal ne Pistole. Wir sehen dich da unten. Du bist hässlich. Ja. Danke. Oh, da ist Munition. Ja, die hab ich grad nicht geschmissen. Ja, die hab ich grad nicht geschmissen. Wo ist der Sniper? Ne, ich will Snipern bei dem Geruckel. Geht nicht, ey. Wo ist der Sniper? Ne, ich will Snipern bei dem Geruckel. Ne, ich will Snipern bei dem Geruckel. Au. Oh nein. Bin angeschossen. Ey, das ist so krass. Guck dir vor wie Max Payne, ne. Wir müssen hier weg. Ich... Es ruckelt. Ich hab 6 zu 0 und bin auf Platz 10, was ist das für eine Scheiße. Oh, Sound weg. Oh, da oben sind's Snipern. Oh, die schießen auf mich. Die Unterdach sind die hier. Oh Mann, wer besiegt uns denn sofort wieder an? Bei E sind voll die vielen Sniper. Ich bleib bei meinem C, das ist mein C. Bei E? Ja, bei E aufm Dach. Warte, ich mach... Ich mach... Da wo die chinesischen Fahnen drauf sind. Da waren auf jeden Fall gerade noch 2 Stück. Pausen gerade? Hm. Ja, ich hab sie markiert, da sind nur noch 2 oben. Ah, jetzt haben wir einen Heli am Arsch. Ist da bitte nichts rein? Leu... Na ja, komm, der Heli kriegt mich dann irgendwie rausgeschossen. Dann macht man sich die Mühe und Zero das und dann geht da trotzdem nichts. Nein. Zero nur, wenn du wirklich über lange Entfernung bestimmte Entfernung Sniperst. Ja, das ist ja... Ich hab's mir ja extra ausgemessen. Ach so, dann... Ja, aber... Ja, dann würde ich auf die Küste... Keine Ahnung, ich mach's ohne. Ich kann's mir so besser merken. Nee, voll geil. Gerade bei der SRV lohnt sich das nicht, weil... 100 Meter, 200 Meter... Es geht da alles auf den... Normalen Punkt. Okay, kein Bock jetzt hier rumzukommen. Oh, hier ist ne Waffe. Irgendeine Special Waffe. Oh, da kommt ein Boot. Oh, das ist ein kleines Boot. Oh, ich brauch Hilfe bei C. Oh, da geht ja. Ich kann's viel mehr. Ach, der Server ist doch scheiße geworden. Die Mapspländer oder Rukelz wie Sau ist das. Ich hab'n Havour jetzt gleich. Das sind noch Ausgewichtete Linkste von dir, Manu. Ja, ich kann nicht bei dir spawnen. Hans Wurst ist glaub ich dran Ja Hans Wurst Was ist das für ne Special Waffe? Oh ne fette Sniper ist hier Ne M82 A3 Ich glaub es gibt irgendwo die Raketenwerfer Die Sniper? Ich nehm noch Granatwerfer und den Pömpel Super Pömpel Ja stimmt den Pömpel gibt's auch noch Ne Sprechungspositionen links zwingt es halt da auch noch Boah scheiße Nicht ich will nicht sterben Boah das ruckelt echt so hart Ich kann doch nicht zielen Fuck it Wir am Boot Ich hab meine Waffe gewechselt ich trotter Wo ist jetzt die Sniper? So schlimm ey wir suchen gleich einen anderen Server Bei mir hängt alles gerade irgendwie Nein bei C haben mich Drei Stück haben auf mich eingeballert Ist so schön ruhig ich hör nicht mal dieses Vögeleinspitch an Bei mir geht grad gar nichts mehr Hat sich komplett aufgegangen Die Tickets hier noch runter aber ich kann mich nicht bewegen Ich bin hier mit dem Jet in der Luft Die Angehörigkeit Was B Mit W bewegt man sich vorwärts Ehehhehh Jetzt fliegt er. Ich bin ganz oben ey. Hallo. Sehste da oben? Was? Sehst du da oben? Ich falle ganz langsam, weil der Jet ist kaputt. Der Alex hat eine unsichtbare Wand im Himmel gefunden. Kann man den Fallschirm auch wieder ausmachen und einen neuen holen? Das dauert echt lange noch, bis ich unten bin. Ich schmeiß jetzt die Granaten runter. Aber wenn ich eine Granate hochschmeiße, fällt die dann runter und tötet dich? Probier's aus. Ey, das geht nicht. Alex, du brauchst eine Ewigkeit. Der Winkel passt nicht. Jungs, da ist das Kanonenboot. Ah, hinter uns! Nein, hinter... Mark? Ja? Ich hab dir mal ein Geschenk geschickt. Ein Geschenk? Ich fand, ob's trifft. Ey! Wieso häng ich denn hier drin fest? Wie nah war das? Aua! Hättest du hier nicht so markieren können, wo einer ankommt lieber? Mach hier den super Raumschiss. Bist du willst, der Sniper da oben? Dann pack dein Ding aus. Ja, dein Fernglas. Was? Ich bin der Raketenwiffertyp in nem Fallschiff. Oh, hört auf zu ruckeln. Huppe, du stehst den Turm wieder an. Ich mag das, das ist endlich meine Herausforderung. Ey, er schafft es mich zu messern ich ihn nicht oder was? Ja. Geht er voll ab. Na, ich weiß nicht. Lauf! Da ist ein enemy machine gunner, east of your location. Scheiße. Alex, links von dir ganz viele. Mein Fahrzeug... nein, jetzt wurde ich erschossen vom Raketegriffen. Ich hab's ihm gesnackt, das Fahrzeug, und dann... Ja, kamen sie an, die Hurensöhne hier. Ich seh keinen. Sammelte Truppe. Snipert ihr da jetzt alle? Ich weiß nicht, ob wir alle machen. Ne, ich lauf hier rum ganz normal. Ich schmeck mal Heilung Pro, wenn jemand was hat. Snipert sie gerade. Ich dachte, alles war dann, aber hier ist ja voll die Scheiße am Dampf. Ja, ist ja auch. Ich dachte, ich war voll die friedliche Insel. Ich kann mich da hinlegen. Au, tot. Vom Festland sniper hat mich einer. Ich brauch nen Rapper in meinem Heal. Ich spawn gleich jetzt weiter. Ich komm gleich. Ja, die Gamma kann Tidos machen. Ja. Binnendrin, ah verdammt. Jetzt steigt man das Kanonenboot ein, ey. Und macht diese Scheiß in die Hose auf. Loll, Airship. Genau, weißt. Gut gemacht. Der kann ich gar nicht retten, Mensch. Wie soll ich gehen? Wer schießt denn da alles auf uns? Zu viele. Oho. Jaaa. Oh, was war? Ah, ne, na, igler. Keine Ahnung. Eigentlich kann ich fliegen. Aber nicht, wenn wir, weiß nicht, 20 Leute am Anus. Alex fliegt grad auch hier nicht. Oh, ja, ich bin drin. Jaaa maaaannn. Was? Du weißt, dass ich, dass ich hier die Sui, äh, Sui, die Selbstmöglichkeiten leite. Oh, geil. Da sind Bäume, Alex. Oh, das geht? Halt's Maul, Manu. Oh, das ruckelt, ey. Oh, hinter uns sind da uns. Oh, raus! Das war aber der angeschossene Spielschiff da gekommen. Das hab ich nicht nur rausgekriegt. Falschen runtergesprungen und zu Nr2 erledigt. Nice. Ah, der dritte hab ich erwischt. Ich hab aus Versehen einen im Nahkampf erwischt. Mit der Sniper. Ich hab einfach abgedrückt. Jetzt bin ich tot. Was ein Lucky. Sorry, der kam in Schräglage. Oh, hab ich den nicht mehr. Na, wenn du getroffen wirst, kannst du nicht hier. Der war zugekämpfer am Boden. Meine AC. Und da ist schon wieder ein Heli. Find der was? Das ist der scheiß Transport-Heli. Oh, man. Dieser fuck... Dieses fuck-Boot. Ja, ich schieß schon drauf. Ich hab schon einmal getroffen mit der AC. Oh, da schlägt auch nicht was rein. Wieder getroffen. Ich hab's zerstört. Und zwei gekillt. Multikill. Fuck. Das scheiß Boot. Mein Heli. Weg. Ups. Lol, die AC ist kaputt. Abнаружiert. Wrazeski. L.A.V. Ja, irgendwann hab ich's Boot gekillt. Wrazeski. Wrazeski. Nicht rappen, Alex. We have lost objective echo. Soldier just left back. There's an HVT by the enemy. Kannst nicht rappen? Okay. Nein. Das schon. Ich kann dich retten. Oh, ich treff nicht. So schlecht. Oh, da war ein Jet. Oh. Was? Oh. Es wackelt. Du sagst, dass ich abstürze. Liegen wir langsam da an der Enzo vorbei. Dann bin ich die Schulden. Komm auf, du links rappen. Rechts bin ich. Rechts. Oh. Ich rappe. Ja. Wer dann visiert. Ja, ja. Leckt so ein bisschen. Boah. Das hat die Erde direkt unter uns. Ja, die bemerken uns nicht, wenn wir unter ihr sind. Äh, über ihr. Die schaut gar nicht zu uns hin. Die will ja nur die Fuzzis abschießen. Du bist rechts, hast du gesagt. Ja. Ich steck jetzt aber aus. Ich bin noch drin und rapp dich, wenn du willst. Ja, und dann kommt der Heli von mir. Ach komm ey, dieses fucking Ruckeln, ey. Das nervt ab. Ich kann es auch nicht snipen. Es ist unmöglich. Immerhin lebe ich noch, Manu. Ja. Komm mal da. Ich krieg hier. Oh, wir haben visiert. Oh, wir werden visiert. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. Wir brennen. Okay, wir sind wieder voll. Ich hab ihn gerade gehalten. Ich halt ihn gerade. Oh, da schießt noch mehr auf uns. Ja, ein Heli. Raus. Oder? Ja. Ich bin draußen. Ja, und dann ist wieder alles so ruhig. Das verwirrt mich auffällig. Wie er weiß. Ich habe ein hostiles Helikopter gesehen, nach links zu Ihrer aktuellen Position. Fischu, Fischi, wir sind weg. Ah. Loll. Bäm. Ach nö, jetzt kommt wieder das scheiß Boot, ey. Okay. Oh Gott, schau ich ja nie. Oh Gott, jetzt fliege ich Jett bei dem Geruckel. Ich denke, das ist ein Panzer. Fischu, Fischi, 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 Fischi. So, ich renn zum Panzer ohne Raketen. Oh, ich würde abbrechen. Fischu, Fischi, 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 Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. M-Menge Leute ausgestattet. Fischi. 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 Lass mich in Ruhe, du Scheiß-Eleve. Hast du schon Munition? Nein. Ja, ich komm rüber. Hier steht ein Boot rum. Ja, da kommt ein Panzer. Ja, okay, komm her. Da kommt echt ein Panzer, ey. Was soll denn das? Hier angerast kommt. Warte, ich komm zu dir entgegen. Oh, ich werd geschossen. Ich werd geschossen. Kannst du mich auch sterben? Oh, ey. Okay. Alter. Hast du schon. Alter, was für ein Geruckel, ey. Geh auf keine Ruhe. Ja, fünf Raketen sollten reichen. Wo ist der Panzer? Ich hab ihn eigentlich markiert, aber er wird nicht angemacht. Ah, nur rett mich. Ah. 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 Hast du Munition? Oh, ich wurde nicht gerettet. Oh, nein. Da ist nur noch ein Panzer. Du? Du hast rappt gesagt. Ich hab Rett verständlich gemacht. Was will ihr denn von Rett? Ich bin mehr weg. Ich war doch hinter dir, ne. Scheiße. Ich musste fliehen für den Panzer. Der Panzer. Aber irgendwie krieg ich keine Punkte zusammen. Ist furchtbar. Nee, das ist auf der Map meistens so. Und von dem Geruckel. Ich weiß nicht, was ich hab. Das ruckelt auch gar nicht. Nein. Überhaupt nicht. Das ist Standard. Das ist Standard bei mir. Ich weiß nicht, was sie haben. Toll, ich muss immer, ich muss über Mauerns immer zweimal klettern. Und die sagen dann, Ö 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 gar nicht alle was schießt uns denn da noch an ruck 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 da läuft was übers feld weiß ich nicht weiß ich nicht da oben auf dem feld ist aber wieder der andere Fenner mit seinem Gemble und jetzt zieht er ja markier ihn doch einfach mal ich hab den Typen im feld nicht gesehen ich hab's da so ein kleinen finger oder wo oder dringfinger oder womit du das machen kann so ein kleines finger ist ja echt kruppel mit dem daumen musst du die markieren aber jetzt bin ich hier das meine hier unten ist einer ja ich hab ihn gesehen beim spawn ruckel ruckel ja lass mich fliegen hab ihn nicht erwischt ist an dem ruckel gewohnt er schießt auf mich er ist hier unten ich kann so nicht fliegen ja dann geh hier freudig 1f1 mit dem google kann ich nicht fliegen acw air battle pack wir müssen nur kurz weg weil das anti airfahrzeug oh das anti airfahrzeug wir müssen uns in Ruhe wir müssen uns in Ruhe wir müssen uns in Ruhe wem nicht in Ruhe wir müssen uns in Ruhe wir müssen uns in Ruhe helft denn das hier so ist ja nervig oh da draußen ist ein Panzer hendrik vor dir ist wer ne er ist tot er ist tot uiuiuiuiui Breath aber schieß mich denn jetzt schon wieder an man ist von rechts Ich kann es auch nicht sehen